Die nächste Sendung hier vor. So, den habe ich jetzt umgeschaltet. Ich drehe jetzt einfach mal die Antenne 4. Das ist jetzt die, die da draußen steht. Die steuere ich jetzt einfach mal von hier. Gleich in verschiedene Formen steuern. Jetzt einfach die Richtung. Ich weiß ja, wo muss ich überhaupt hin? 90 Grad. 90 Grad. 4,4 ist 3 wählt. Und jetzt sollte das eigentlich gleich losgehen. Und er hat die Befehle gekriegt. Und jetzt fängst du schon an zu drehen. Jetzt hat sie die andere Antennenseite eingeschaltet. Und dreht jetzt auch. Das gleiche kann ich hier quasi die Seite nochmal beobachten. Dass er hier auch nochmal weiter dreht.